Du kehrtest aus der Kälte zurück, gegen sie benötigst du Mondscheins Schutz nicht mehr. Alle Flügel! Doch sie kann dich nicht vor diesem Flügellosen schützen. Aber das ist doch der Makide Hotoh! Marquis de Hotoh, Marquis de Hotoh, in der Welt, aus der wir stammen, hat er einen anderen Namen. Der Kalte. Er war bereit, uns erfüchern zu lassen. Meine Damen, das muss ein Missverständnis sein. Ein lächerliches Missverständnis, für das wir in der Tat gar keine Zeit haben. Wir ziehen fort, und du wirst uns nicht aufhalten. Nur zu! Gleite du voran, Hespera. Der Plotwurst, der Hase war die ganze Zeit der Bösewicht. Jerry, du bist ein Falter, auch wenn man deine Flügel, du hast dafür gesorgt, dass wir genug Nahrung haben, um unsere hohe Priesterin an einem sicheren Ort aufzuziehen. Sieh mir in die Augen. Er wird dein Vertrauen missbrauchen. Ein Abgrund wird sich auftun, mit dem ersten Versprechen, dass der Kalte bricht. Das klingt jetzt so nach einem Ende, so Multiple Ending, was wir auch schon in... Der Kalte? Habe ich's neuer Augen und Enderbericht ausharten? Jerry, diese Motten kennen mich nicht. Warum haben die Nachtfalter gesagt, dass ich ihnen nicht trauen darf? Das war Unsinn. Beleidigender Unsinn. Jerry, vertrau mir. Die haben wirklich keine Zeit. Du hast deine Vierzauber gelernt. Nunmehr steht dir deine größte Prüfung bevor. Noch eine Prüfung? Jerry, ich verstehe selbst noch nicht alles, doch eine große Gefahr braut sich zusammen. Ja, ich weiß jetzt, woher die Krähen kommen. Wir können Mauswald helfen. Mauswald? Hier geht es um mehr. Um viel mehr. Ich will nach Hause. Nur mal kurz. Was? Ich will nach Hause. Jerry, du kannst jetzt nicht nach Hause. Aber sie haben gesagt, dass ich bald wieder nach Hause kann. Wenn wir unsere Zeit weiter verschwenden, dann... Und der vierte Nagel. Nein. Nein, das... Das war der letzte Nagel. Ich... Oh nein! Du musst den Bann brechen. Du... Du... Allein... Kannst ihn... Aufhalten... Zauberlehrling. Weh in den Hasen? Nein! Er hat mich allein gelassen. Ist er jetzt irgendwie durch die vier Nägel böse geworden? Das Böse in ihm eher erwacht. Ich bin wieder groß. Alles voller Kühlschränke. Ich bin wieder zu Hause. Das muss dieses Blatt gewesen sein, das der Marquis zurückgelassen hat. Zum Glück. Das Wasser sieht auch so... Als wäre da Öl... ... drin. Oh Mann! Aber... Aber was ist denn hier passiert? Die Welt ist vergiftet. Und ich darf mein Inventar wieder öffnen. Hauptsache das. Joppulver! Blatt, dass der Marquis zurückließ. Alles klar. Naja, 10 bis 15 Minuten haben wir hier noch. Stehend riechende Kühlschränke. Stechend. Stehen. Ja, ich rieche, dass sie stehen und nicht liegen. Umweltverschmutzung. Vielleicht hast du dir auch das alles nur eingebildet. Was macht denn die ganzen Sachen immer im Winter? Ja, aber vergiftet von Chemikalien oder so. Die Eulenmauer, die sieht aus wie immer. Aber die Stadt dahinter sieht ganz anders aus. Das Portal nach Mauswald ist noch ein Spalt geöffnet. Habe ich es falsch benutzt? Wenn der Makino hier wäre, um mir zu helfen. Ich verstehe, wir haben gerade andere Probleme. Was ist denn hier passiert? Ich bekomme Magenschmerzen. Alter. Das sind noch Bauarbeiten. Die kleinen Statuen sind auch noch hier. Dann erzählt mal, was passiert ist. Oh, er ist zurück. Wie kann das sein? Kann er verstehen, was hier geschehen ist? Ich kann es nicht. Der andere Mensch? Eine Frau. Meine Mutter! Sie hat auf dich gewartet. Doch jetzt haben wir sie lange nicht gesehen. Meint ihr, er hat verstanden? Er hat keine andere Wahl. Oh. Anscheinend waren wir ein bisschen länger weg als gedacht. Genau so lange, wie wir Zeit auch im Mauswald verbracht haben. Unsere Mutter ist weg. Ach, herrje. Das müssen Jahre sein. Stand doch vorher noch kein Hochhaus, oder? Wir waren auf jeden Fall zu lange weg. Warum sollte denn hier jemand die ganzen Bäume absägen? Was soll das? Um hier eine Straße hinzubauen. Und du bist auch noch da. Kleine liegende Statue. Du sagst wahrscheinlich das gleiche, oder? Ich bin so müde. Aber wer kann bei so einem Lärm schlafen? Hoffentlich ist es bald vorbei. Gut, Gruppe Kleinerstattung gehören eher zusammen. Dort ist es ganz anders geworden. Und hier wird es auch anders. Und ich dazwischen. Zwischen ihm und dem Wald bist du. Das sieht aus wie eine große, graue Welle, die auf mich zurollt. Aber meine Schule ist noch da. Ja, noch. Als ob Schuhe abgerissen werden. Das ist doch meine Nuss. Ich kann nicht so gut sehen. Ich kann nicht so gut sehen. So hungrig. Aber ist das meine Nuss? Ich kann nicht so gut sehen. Du wiederholst dich. Ich kenne dich. Ich kenne dich. Ich mag dich. Alles ist anders. Die Welt verändert sich. Veränderungen! Werden wir Schritt halten können? Ich wünsche dir Glück. Aber niemand mag Veränderungen. Ja, noch. Sie ist ganz kaputt. Was ist Ihnen noch passiert? Weißt du es? Der sogenannte Fortschritt. Zivilisation. Baustelle? Aber hier wohnen wir doch. Jetzt nicht mehr. Verblichenes Poster. Ja, so ein vermisstes Kind. Und das Poster. Wir waren wirklich seit Jahren weg oder so. Unsere Mutter hat die ganze Zeit auf unsere Rückkehr gewartet, während wir in Mauswald waren. Mit dem Gedanken, ja, wir werden spätestens zum Abendessen wieder zurück sein oder so. Aber es ist nie passiert. Es ist ganz zugewachsen. Erwitterte Statue. Warte, erst mal mit dir. So interagieren. Was ist hier passiert, Zwerg? Du bist nicht mehr zurückgekommen. Also ist Mami gegangen. Ich erkenne dich. Was ist hier passiert, Zwerg? Das Heim zerfiel. Zu lange warst du fort. Zu spät zum Abendessen. Aber ich... Zu spät für einen Gute-Nacht-Kuss. Er hat versprochen, dass ich rechtzeitig zurück bin. Zu spät für die Schule. Der Marquis hat gesagt, dass ich rechtzeitig zurück bin. Zu spät für ein Lebwohl. Ist meine Mutter tot? Sie sah... Ich sah sie vor vielen Jahren. Ein letztes Mal wartete sie hier. Ich hörte sie. Wo bist du nur, mein kleiner Schatz? Verzeih mir. Doch ich muss fort. Ohne dich kann ich hier nicht bleiben. Verzeih mir. Bitte. Und vergiss mich nicht. Mama! Vergiss mich nicht, mein Sohn. Und mehr. Mehr weiß ich nicht. Ach, herrje. Grauenhafte Realität. Oh. Das ist doch alles sinnlos. Das ist doch alles sinnlos. Deswegen der Hoffnungszauber? An einem Sommerferientag ist alles möglich. Wo bist du nur, mein kleiner Schatz? Keine Sorge, Jerry. Alles, was verloren geht, wird wieder auftauchen. In dunkelster Nacht, schwarz und kalt, kann man die Sterne am besten sehen. Wusstest du das, Jerry? Jerry! Aufstehen, du Schlafmütze! Ein einzelner Hüpfer, sag ich immer, ist nicht so schwer. Und viele Hüpfer zusammen, können dich überall hinbringen. Aber wir können auch mein Fahrrad nehmen. Du musst den Bann brechen. Du allein kannst ihn aufhalten. Ich werde rechtzeitig zum Abendessen da sein, Mutti. Versprochen. Wie? An einem Sommerferientag ist alles möglich. In Vergangenheit reisen. Ich habe zwei davon. Ich muss zurück nach Mauswald. Der alte Magier weiß sicher, was zu tun ist. Darf ich erstmal die anderen Sachen? Ja. Wo Mama jetzt wohl gerade ist? Ich würde dir sagen, tot. Oder in die Welt hinausgezogen, um nach dir zu suchen. Verzweifelt gesucht wird, Jeremias Haselnuss. Ich bin wirklich zu spät dran. Mama? Wo Mama jetzt wohl gerade ist? Hm. Dann auf zurück, schnell nach Mauswald. Um das hier alles wieder richtig zu biegen. Oder... Oder... Hm. Ich zurück nach Mauswald. Ich würde sagen, das wären wir dann in der nächsten Aufnahmesession. Ich würde sagen, wenn wir ihn aufhalten. Wahrscheinlich ist der Marquis damit gemeint. Oder die Person, die halt diese vier Nägel in den Baum reingehämmert hat. Wobei ich denke, das war das Poster, was benutzt wurde. Hm. Naja. Aber das wird dann hoffentlich alles in der nächsten Session aufgeklärt. Vielleicht wird das sogar auch die letzte. Ja, Chicken, was machst du dann mit den Geschichten aus Mauswald? Weil die werden sicherlich auch ganz schön lang sein. Hm. Ach, das wären dann Bonusfolgen nach den Credits oder so. Ja, fast so ähnlich wie... Na, halt die Batman-Arkham-Serie, wo ich dann auch hier tausende Bonusfolgen gemacht habe. Nach den Credits. Wo wir uns die ganzen Artworks und die Figuren angesehen haben und so. Und wir hören uns das halt so an. Aber erst in der nächsten Session. Und danach. Wahrscheinlich werde ich in der nächsten Session das Ende machen. Die Credits gucken wir uns an. Die Artwork-Dinger. Keine Ahnung. Äh. Ja, die Sticker. Und das bekommt dann eine eigene Session oder so. Weil das sind ja acht Stück. Es wird sicherlich einiges dauern. Ja, machen wir es einfach so. Wir haben ja jetzt alle acht. Wollt ihr das zwar früher machen, aber... Irgendwie habe ich die sechste erst so spät bekommen. Aber Quartett spielt ja wahrscheinlich eh nur Quartett. Oder sind das die Karten? Wer weiß. Machen wir alles. Beim nächsten Mal. Alles bis dahin. Ciao.